Gucken wir mal ganz kurz, was hier denn los ist. Ist doch relativ viel, ne? Mit super Pursuit Mode hier rausgedüst. Industrie ist runtergegangen, sehr gut. Ah ja, gut, die U-Bahn-Stationen machen natürlich auch einen Heidenlärm, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir müssen da ringsherum halt dann auch gucken, dass wir da... Eigentlich dann... Obwohl wir brauchen sie nur so hinzustellen, dass... Ja, wir könnten es kompensieren halt mit anderen Möglichkeiten. Also die Straßen aufwerten mit Bäumen und... Diversen... Annehmlichkeiten. Hier... Freizeitmöglichkeiten, etc. Die mal hier hinbauen. Und hier muss man jetzt mit Bild runter... Ja, kommt man in den Untergrund, um die... Strecke zu bauen. Ach, so weit brauchen wir gar nicht. Was gut ist... Uns kosten halt die Züge nix. Nur der Unterhalt. Da fehlt Wasser. Ah ja, okay. Da müssen wir hier... ein Stückchen weiter rüber. Und das ist natürlich auch Boost für die hier. Können wir jetzt hier mit der Bahn fahren. Gehen wir nochmal ganz kurz hier runter. In den Übersicht. Da haben wir sie. Ach, hier ist das. Okay, warte mal. Mal in die Busse rein. Nein, Busse. Ne, hier gibt es keine anderen Busse. Okay. Ich dachte... Das ist nur hier bei den U-Bahnen. Mal andere Kapazitäten noch haben. Gut. Ich werde verrückt und ziehe aufs Land. Dieses Gududel mit Steuern und Ehe. Das ist doch für uns Wirren. Vorteile hat nur ein Single erspart. Mehr alleine als zu zweit. Mach eine Hose? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Wenn zwei Arbeiten gehen. Und du nur eine Wohnung zu bezahlen hast. Hm. Ne, Steuervorteile noch. Hm. Dann kriegst du noch zwei, drei Kinder, die dir halt bei den Großeltern abgeben kannst. Hm. Hm. Ihr wolltet doch Enkelkinder? Dann könnt ihr euch auch drum kümmern. Wie kommen die dann am Wochenende holen? Hm. Wochenendeltern. Ja gut. Heutzutage ist es nicht viel mehr. Hm. Beide arbeiten gehen. Hm. Auch auf dem Land gibt es, äh, im heutigen Deutschland teilweise Internet. Und, äh, in einigen ländlichen Gegenden. In dieses ist es auch sogar richtig schnell. Ah, Landflug bringt also nichts mehr. Ja. Muss aber weitaus wandern, glaube ich. Hm. 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 Wir können die Kapazitäten hier, äh, dann auch erhöhen mit der, wir haben hier 150. Hm. Aber ich glaube nicht, dass hier jetzt so viele zusammenkommen. Das ist ja nur, ne, Prestige. Ein Prestige, Prestigeobjekt sozusagen. Das wird wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr. Irgendwann. Hm. Ach so, genau. Ich wollte noch auf dieser neuen Strecke hier gebaut haben. War das hier? Ne, hier unten irgendwo. Da fährt er. Gucken wir nochmal ganz kurz. Äh, Linien, Linien über sich. Nein, Liniendetails. Weg mit dir. Hier haben wir jetzt schön aufgeräumt. Heißt, wir können hier jetzt auch wieder ein paar Fahrzeuge runternehmen. Aber nicht so viele. Ich glaube, fünf müssten es dann doch sein, ne? Wenn ich so gucke, was da alles drin ist. So, machen wir mal auf fünf runter. Können wir immer noch wieder hoch machen. Pff. Na, gehen wir mal. noch mehr Prozente runter. Wenn wir ein Minimum an Prozente haben, dann meinen wir auch nicht so viel. Hm? Muss ja nicht. Okay. Wie sieht es denn mit den Linien hier hinten aus? Ist da ein Zuwachs zu sehen? Nö. Auch wenn hier viel mehr Leute jetzt leben. In den Hochhäusern. Aber geht noch. Kurz vorm Kollaps. Aber ist okay. So, ich bin für heute mal weg. Oh, Tintchen, schön, dass du da warst. Und hab noch einen schönen Abend. Lass dich dich ärgern. Und hab eine schöne Woche noch. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. 16 bis 19 Uhr. Minecraft. Ich muss mal schauen, wo meine Rente das meiste wert ist. Schweiz, Schweden, Dänemark oder Niederlande. Da fliehe ich dann hin. Mach das an, Rose. Das ist, wenn man Rente bezieht, ein bisschen einfacher, ja. Dann zu sagen, okay, ich verlege meinen Hauptwohnsitz halt woanders hin, wo es dann halt dann günstiger ist. Gerade überlegen, ob ich nicht hier unten Häuser wegnehme, damit die halt hier in die Hochhäuser reinziehen. Das ist die Frage, was brauchen die? Bildung. Ah, das kann sein, dass die die Grundschule eventuell voll ist. Ja, die Grundschule ist voll. Heißt, wir nehmen mal die große Grundschule hier und tauschen die aus. Wird die aber, weißt du was, das machen wir alles hier unten hin. Geht das? Geht die da hin? Oho, die geht da hin. Dann sitzt sie nämlich auch gleich neben dem, U-Bahn. Und die hier können wir auch wegreißen. Die brauchen wir nicht. Ja. Und wir brauchen wir brauchen eine Oberschule. Entschuldige hier, hier ist die Oberschule, genau. Die gibt es auch nochmal hier hinten. Nee, das ist die große Universität. Ach nee, hier hinten waren noch die anderen, genau. Das ist die Institut für Bildekünste, ist auch eine Oberschule. Genau, 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 genau. Oberschule für, ach nee, das ist auch eine Oberschule, große Oberschule. Das ist die für Plazas und Promenades kommen ist. Oberschule. Oberschule. Eskaliert hier. Machen wir das mal da hin. Dann haben wir alle Schulen auf einem Fleck. Das ist gut. Da oben eine U-Bahn, hier die U-Bahn. Wir könnten hier unten noch eine hinmachen. Können wir eigentlich hier hinmachen, ne? Oder hier. Nein, in der Ecke. Mal gucken. Mal genügend Geld, aber nicht. Ist egal. Wir wollen ja nur gucken. Außerhalb der Stadtgrenzen, blablabla. Okay. die natürlich dann auch, ne? Ja. 15.000 brauchen wir. Würde ich gerne so eine kleine Strecke machen. Nochmal. Was war das denn jetzt? Den machen wir heute hier hinten irgendwo nach. Hier. Bild runter. kein geld neunzehn tausend das jawohl okay vielleicht nicht hier würden sich die preise auch nicht nochmal das ist schon in ordnung und zwar würde ich gerne von hier aus nach da und dann hier da war es doch weiterlaufen lassen wir könnten vielleicht auch noch die kachelier dazu kaufen könnte man mit der stadt halt hier noch weiter raus nachfrage ist da heißt wir könnten noch mal bisschen was ausdorgen die natürlich noch mal viele aus aber naja gut das ist halt so stromwasser wie war es eigentlich beim strom hatte ich da das geld eigentlich runter gedreht nö okay dann lassen wir es einfach mal so 149 megawatt haben wir verbrauch gut oder nicht so gut ich lege mal strom hier rüber damit ich das hier weg machen kann dazu gehört auch die buslinien können hier jetzt auch weg lass mal ganz kurz nicht ja hier fährt halt keiner mehr linie löschen ja die waren jetzt weg hier hin fährt noch liniendetails da ist auch leer linie löschen ja sonst noch irgendwelche buslinien hier nene glaubt nicht ob wir sind hier gar nicht rüber gefahren haben wir gar nicht gemacht schnell gucken die sind jetzt alle hier genau ja hier könnte man auch noch einen kleinen bus einsetzen hier mach ich mal schnell hier lang am friedhof naja eigentlich würde ich ja hier hoch fahren ne gibt mir mal eine straße ja gut dann müssen die halt da hinlaufen ist jetzt irgendwas ist ja immer und hier können sie halt auch umsteigen von der linie das ist okay mal hier rüber linien übersicht waren wir dann die sieben hier okay ganz kurz drauf drei stück wir machen mal zwei für den anfang ja weiß nicht ob die halt jetzt hier tatsächlich auch mehr fahren hier können wir auch noch mal reduzieren machen wir mal auf drei ja gut okay da war sehr viel los aber ich denke mal das hat sich jetzt auch erledigt noch mal schnell gucken um wasser hat man denn hier überland busbahnhof okay das gespielt noch sozusagen halt menschen in unser unsere stadt und der busbahnhof setzt busse zum passagiertransport ein der busbahnhof benötigt eine autobahn anbindung der überland busbahnhof benötigt keine überlande buslinie oder haltestellen ermöglicht aber die platzierung reguläre bus haltestellen also wir könnten mit dem bus halt da tatsächlich reinfahren dann könnte man halt hier ein zwei drei vier sieben acht linien die hier sowieso schon unterwegs sind da dann sich treffen lassen anstatt halt dann hier an den straßen können wir die eine straße weiter runter machen und hätten keine verbindung oder so oder noch weiter runter damit man halt da schön weit auseinander sind und dann halt dann wirklich sagen okay dann haben wir eine straße die halt dann runter zu diesem knoten führt und da halt dann auch raus aus der stadt könnte man so mal muss man aber okay wie sieht es hier aus ich würde hier gesagt alles ein bisschen wegnehmen dann ruht so viel spaß beim kochen dann können wir auch hier die service gebäude sozusagen weg machen parkplätze muss man hier noch alles überhaben da ist die arztpraxis noch gewesen da ist die andere schule das geht nicht aber die müssen wir ausmachen damit da nicht noch mehr eingel äh dann noch mehr beerdigt werden ich wollte eingelagert sagen aber ist okay so weg 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 auch weg warte mal da noch nee da ist kein gebiet mehr das heißt wir können mal hier aber auch die straßen löschen ist nur noch das hier hinten aber auch weg dann lassen wir eine straße stehen die mittlere und die hier oben brauchen wir auch noch zumindest bis hier damit man nachher da auch die ähm da rausholen können also leeren können und das geht halt nur über ein krematorium weil die holen die da ab und dann kriegt die eine feuerbestattung damit wir hier das dann leer haben das kann auch weg jetzt müssen wir mal gucken mit Recycling wir können halt die Müllverbrennung bauen jetzt können wir das hier leeren 19% jetzt fahren die nämlich los und bringen das hier weg ja gerade gucken ob einer nach rechts fährt und der würde das dann halt nach hier bringen aber das ist viel zu weit weg würde ich glatt behaupten sind die dann voll bis oben hin geht 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 also 170.000 von 200.000 die fahren auch hier noch rum das ist okay wie gesagt das würde ich halt mit und mit halt dann weg machen weil ich dafür dann halt dieses große bauen würde das kommt aber erst noch das war bei 22.000 naja okay müssen wir so lange mit Verbrennung arbeiten wir könnten auch noch ein Recycling Center bauen oder so könnte man da hinten eins wegnehmen noch mal eins zu eins oder so machen wir das mal so und nehmen hier hinten dafür auch noch eins weg so okay oh da ist jetzt aber ganz schön viel los hier wir müssen diese Straße etwas verlängern damit wir hier besser rauskommen mal kurz Pause und verlängern diese das ist so eine vierspurige ne genau ich bin gerade überlegen ob ich hier nicht noch noch einen Kreisverkehr dran mache damit die sich noch besser verteilen aber das ist Blödsinn weil das hier ich kann halt diese dieses Stück nicht umstellen mit wie heißt es Traffic President könnte ich das halt hier umstellen dass er sagt pass auf fahrt einfach durch also wartet nicht lange oder so ihr dürft hier einfach durchfahren oder ich könnte halt auch die Linien halt auch anpassen und zu sagen pass auf du kannst auch von der zweiten wie heißt es von der zweiten Spur auch links abbiegen besser gesagt rechts abbiegen ne und dann halt hier unten dann sagen okay jetzt kannst du halt rechts oder links dann fahren ah das geht hier nicht also das muss man dann ein bisschen anders machen aber die Straße wäre mir jetzt hier ein bisschen zu nah da müssen wir nach vorne also dann die wieder hier dran nein das geht nicht ich wollte hier auf den oder wir gehen noch weiter runter warte mal und machen das dann so und könnten jetzt auf ein Eisverkehr gehen weil das jetzt lang genug ist sehr entscheidungsfreudig äh der hier reicht ah der ist ein bisschen zu weit unten ich würde den gerne da anschließen ein bisschen zu weit unten dann müssen wir den drehen so gucken ja so sieht es doch mittig aus oder okay Straße diese vierspurige nach da die kommt weg die kommt da ran die kommt weg äh die kommt auch weg ich will nur dass die mittig hinten rauskommt wir eigentlich blödsinn weil äh eigentlich ist es hier die Mitte so ein bisschen weiter runter aber gut ähm setz mal die Straße hier irgendwo an wir können die auch durchziehen und hier eine Kreuzung reinmachen oder mal hier ja warum ist da eine Lücke drin ach so egal okay ganz kurz gucken ob die Busse da eventuell noch ja die müssen sich erst neu finden die eine hat sich schon neu gefunden hier Straße nochmal zurück wir brauchen diese vier ne die brauchen wir nicht wir haben alles laufen lassen müssen wir beobachten ob die endlich halt auch die zweite Spur benutzen hier weil sie halt auch hier im Kreisverkehr vielleicht dann nach hier wollen oder so aber wer weiß ja das könnte man hier tatsächlich so einstellen dass man mit diesem Traffic Manager dass die halt hier abbiegen nur und geradeaus geht dann nur hier so dass die halt dann hier auf die Abspieger Abbiegerspur dann wieder kommen oder kann man das irgendwie anders einstellen ich glaube nicht ich glaube nicht oder wenn man die können wir die zu dreispurig machen warte mal ah Autobahn dreispurig ich probiere mal was ob sich dann da ja wir haben jetzt hier eine separate Abbiegespur plus die zweite Spur die halt auch zum Abbiegen dafür da wäre kann man halt nicht benutzen weil sie es halt nicht so machen aber wir kommen jetzt mit der Spur besser durch weil die anderen können halt dran vorbeifahren darum ging es sich halt und nicht halt dann dahinter stehen bleiben um halt dann hier auch gerade auszufahren gut okay hier braucht man die eigentlich nicht so groß zu machen aber ist okay oh äh es funktioniert mit dem 2 zu 3 trick sieht nicht so schön aus aber geht äh dankeschön äh kuhu wabu dankeschön ja genau genau das haben wir hier hinten auch gemacht hier kann ich die Straße nur nicht wieder zurück ändern hatte ich das schon gemacht an der Stelle damit halt die Abbiegespur kommt ja genau 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 aber wenn man das nicht ständig macht und so weil es ist jetzt auch schon ein bisschen ehrlich das letzte Mal City Skylands gespielt habe ich gucke halt aber bei jemanden beim Demi-Tor und manchmal bleibt ja dann doch was hängen wenn er dann was sagt die Bushaltestelle hier ist natürlich eine Katastrophe an der Stelle ich weiß nicht ob Buslinien Bus Haltestellen okay das geht nicht haben wir dann eine kleine Straße für die auch so eine Vierer hat Vierspurige Straße mit Busspur genau so die sortieren sich neu aber die stellen sich glaube ich immer noch hinter dem Bus an aber mal gucken wir mal aber sie die Busse stehen jetzt halt nicht mehr auf der Fahrbahn also sie könnten vorbeifahren wenn sie wollen ah okay das ist das Problem das habe ich beim Demi-Tor nicht gesehen dass halt die Spur hier keine Abbieger ist da brauche ich mal wieder einen Traffic Manager für aber wie gesagt ich spiele zur Zeit halt Vanilla ohne Mods aber läuft schon besser das ist das 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 Vielen Dank.